Dient ehrenhaft. Keine Sorge wegen dem Ausbruch. Auf dem Markt seid ihr nur ein Reisender in der Menge. Also dann führe ich euch mal rum. Diese Fähre verbindet mehrere Anlegestellen an der inneren Küste des Sons. Moin, moin! Ihr benötigt einen Fährenpass von der Hafenmeisterei. Das sollte aber kein Problem sein. Das Zählhaus wird Tag und Nacht schwer bewacht. Hier könnt ihr eure Wertsachen gefahrlos aufbewahren. Der Markt beherbergt Reisende aus ganz Azeroth. Hier gibt es viele Tavernen. Aber die hier mag ich am liebsten. Ich habe zahllose Reisende nach ihren Geschichten gelöchert. Ganz besonders, wenn sie aus den östlichen Königreichen kamen. Ah, da ist ja mein Mädchen. Du bist bestimmt ganz unruhig ständig hier eingepfercht. Glaub mir, das kenne ich. Wir fliegen schon bald, ja? Ist sie nicht hübsch? Carsten schenkte sie mir, als sie noch ein Küken war. Was kann ich für euch tun? Gemeinsam können wir Kultiras vereinen.